Hallo und guten Abend. Ich bin die Uschi. Ihr kennt mich vielleicht schon aus verschiedenen Videos. Wir kochen hier in meiner Küche immer für die Kochbox von Knoblausland Gemüseshop, dem Online-Shop. Und heute wird nicht gekocht, sondern ich darf dreimal eine Weihnachtsbox verlosen. Und zwar kommt diese Weihnachtsbox direkt zu euch nach Hause, einschließlich der Rezepte. Und ihr habt einen ganz entspannten Weihnachtstag. Ich sage euch jetzt mal, was hier alles drinnen ist. Und zwar sind hier fränkische Schwarzwurzeln drin. Da gibt es eine Schwarzwurzelsuppe mit Kartoffeln und Zwiebeln. Dann gibt es ein Hauptgericht, ein ganz leckeres. Und zwar eine Ente mit Klößen, Blaukraut und Soße. Das ist alles schon vorbereitet, muss also nur noch erwärmt werden. Und dann darf man sich noch einen Nachtisch machen. Und zwar Bratäpfel mit einem speziellen Bratapfel-Weihnachtszucker. Ich denke, das ist ein toller Gewinn. Und drei von euch können sich drüber freuen. Was ihr dafür machen wollt, schaut einfach unten in die Anmerkungen. Viel Spaß und schöne Weihnachten.